Buongiorno! Ich grüße unsere deutschen Zuhörer und Zuschauer, und zwar von der Brücke, die nach Sant'Angelo hier führt. Im Hintergrund haben wir ein Kreuzfahrtschiff liegen vor Istia und istia Procida Capomiseno in Napoli. Etwa 150 Kreuzfahrtschiffe legen hier in Sant'Angelo an. Es ist eine Etappe auf ihren Routen bis nach Japan und sonst wohin, aber auch die Kreuzfahrtsaison oder die Schiffssaison in dieser Gegend schließt heute. Wir haben den Golf von Neape vor uns bei allerschönstem Wetter und unter diesen Schiffen besonders bekannt ist Queen Elisabeth und MSC, dessen Schaltzentrale wir auch hier in Piano di Sorrento haben. Es verwundert nicht, denn wir haben diese Scola Nautica vor Ort. Grazie!